Hallo meine Freunde, in der Sonne, da ist der mal wieder und weiter geht's mit League of Legends und ich habe hier... Eieieieieieiei... Äh... 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 Okay. Alle Gegenstände, okay, das ist ganz normal und hier sind die Empfohlenen. Was ich ganz cool finde, gut gegen Quinn und sowas, das wird hier angezeigt oder zum Beispiel gut gegen Lucian. Bin ich gar nicht mal so schlecht, dass mir das hier angezeigt wird, das Problem ist einfach nur... Ich komme damit überhaupt gerade... Ne, zurecht. Ähm... Okay... Ja gut, irgendwie kriegen wir das hin. Wenn nicht, dann sind wir halt kacke, so wie immer. Ja, und dem Weg sollst du lieber nicht gehen, lieber Wayne. Was ist denn, wenn da jetzt im Busch die beiden warten? Alter, wo sind denn zum Beispiel aber jetzt Schuhe und sowas? Boah ey, das ist äh... Das ist echt... Ah, hier, okay. Das ist echt nix für mich, ne? So, okay. Da muss einfach ein Wart hin. Meine Pistole zu sehen, sieht schlecht für mich aus. Ach, Wayne. Das hätte doch nicht sein müssen hier. Ist ja dumm, wir sehen dich da. Geh ja raus aus dem Busch. Du ekliger. Wir sehen dich da, du ekliger. Okay, das Problem ist, Wayne hat, ähm, Ding schon eingesetzt. Hat natürlich schon Flash eingesetzt. Ist ein bisschen... Sind wir bisher jetzt im Nachteil. Ist natürlich gut für den gegnerischen Jungler. Okay, nee, das sind mir zu viele Minions. Ich hab mir gerade so gedacht, okay, wir könnten jetzt eigentlich mal kurz reinlunzen. Aber nicht bei den Minions, die jetzt kommen. Müssen wir auf die nächste Wave warten. Wir lassen die einfach pushen und versuchen die jetzt unter dem Tower zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Okay, die gehen, die gehen, äh, von Tower weg. Schade. Okay. Wayne, du sollst mal lieber Back to the Slums gehen. Dann gehen wir mal. Wayne will hier drauf bleiben. Sollte Wayne halt nicht zu lange machen. Weil ich das Gefühl hab, dass wir gleich Besuch bekommen. Der lässt sich halt von, äh, die Wayne lässt sich halt von allen Dingern treffen, ne? Von allen Hooks, ne? Das ist echt, äh, das ist echt, äh, kacke. Und ich muss auch Back. Ich, ich, ich muss den Tower jetzt, ähm, hier kurz. Ja gut, die kriegen zwei Towerplatten, wenn überhaupt. Ich weiß halt nie, was, was, was ich jetzt holen muss. Und, äh, Schuhe hol ich jetzt das erste Mal. Zwei Tränke hol ich. Und wo ist, ah, hier. Ne. Hä? Hä? Fuck, wo ist denn jetzt? Wo sind denn hier die Wards? Och, Mädels. Wirklich jetzt? Empfohlen? Ne, äh, oh, wo sind denn hier jetzt mal ohne Spaß? Wo sind denn hier die Wards und sowas? Ah, die sind ja auch alle, ähm, anders jetzt die Schuhe. Och, Mann, warum? Ich hasse sowas. Jawohl, ich wollte gerade sagen, du dürftest eigentlich nicht mal überleben. Sehr geil, wir haben den Drachen bekommen. Und wir haben zusätzlich noch, ähm, zwei Kills abgestaubt. Sehr schön. Ja, alles gut. Ich weiß halt noch nicht mal, was für, äh, also ohne Spaß, ich weiß noch nicht mal, was ich für Schuhe kaufen soll, ne? Das ist mal kein Witz, ne? Schon die Schuhe, das ist schon, ähm... Hä, wieso gibt's nicht eigentlich zwei Reihen? Ne, achso, ne, ist eine Reihe. Äh, Angriffstempo, Lauftempo. Ne, das bringt mir nix. Ne. Ich weiß halt nicht, was ich mir hole. Ey, ohne Spaß, ne? Ich bin komplett überfordert. Aber wirklich komplett. Ich hasse das her, wenn man, ähm, von Gamedesign her so viel ändert. Das hasse ich wie die Pest. Vor allem, wenn man das selten spielt. Und vor allem, jetzt sind ja auch neue, neue Items dabei. Es kommt ja auch noch dazu. Ein Gegner wurde getötet. Sehr schön. Ja, Urgott dürfte eigentlich überhaupt gar keine Probleme gegen, ähm, Quinn haben. Das ist sehr gut. Ich hole mir jetzt definitiv irgendwas, ähm, dass ich, ähm, ein bisschen Rüstung bekomme. Aber, ich glaube, das ist das Beste, was ich mir erzählen kann. Das war aber, das war gut angetäuscht, ne? Also, ich konnte mir schon fast denken, dass der... Ah, fuck, okay, okay. Ja, das war dumm. Aber egal, zwei Kills. Ich weiß halt nicht, was ich mir... Ah, was? Das! Ich hole jetzt einfach das. Ja. Ach, ich hasse sowas, man. Warum? Wer hat so einen Scheiß erfunden? Warum müssen die immer... Ich habe ja kein Problem, wenn die neue Items und sowas einbauen. Wirklich nicht, ne? Das finde ich vollkommen okay. Aber wenn man dann die Items hier, ähm, aber das ist cool, dass man hier die Teil-Items, wenn man hier unten draufklickt, ähm, dass man so neue Items und dann alles hier... Oh, ist ja fast... Ist hier überhaupt was noch normal? Also, so... Na ja, gut. Ich weiß halt noch nicht mal, wo hier der... Ich weiß noch, wie hältst du denn hier Pinky? Ah, hier! Ah, okay. Aber wo ist denn hier ein Pinky? Höh? Da! Okay, Control-Board. Alter, das irritiert mich ja alles, ey. Okay. Ich glaube, aber... Ich glaube, man ist relativ schnell drin, ne? Also, das ist, glaube ich, gar nicht mal so das Problem. Ich habe eh mir das Gefühl, dass Amu bei uns in der Nähe ist. Okay. Okay. Acザ ... Das war jetzt, es war wirklich jetzt nicht geplant. Das ist ein Doppelkill hier gerade mache. Oh fuck, ich habe kein Dings mehr. Gut, das war jetzt nicht so schlecht. Ich dachte, was soll ich mir für Schwur holen? Angriffstempo ist sinnlos. Hauen wir uns die. So. Warte mal, ne. Genau, das soll ich mir holen. Ja, es war dumm, wir hätten nie weiter auf den Dings drauf holen sollen. Ah, ne, hier, Höllendrache. Höllendrache, 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 Jungs. Ja, schade. Klar geben wir den Höllendrache ab, was auch sonst. Muss der uns auch auf den Sack gehen, Amumu. Das war jetzt nicht meine Schuld, ne. Ich kann nichts dafür, wenn sich die ganze Zeit hier, wenn die Alte sich die ganze Zeit immer catchen lässt. Gut, dann gehe ich nochmal back. Aber es ist alles noch im grünen Bereich, alles noch im grünen Bereich, kriegt man alles noch hin. Warte mal, ne. Ähm, ich werde mir mal jetzt... Hä? 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 Ach, Mädels, warum? Hä? 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 Ich hatte gerade Platz, oder? Ach. Nee. Okay, jetzt habe ich, äh, vielleicht hatte ich... Ich hatte doch gerade Platz, oder? Ach, bin ich komplett besch... Also, ich bin gerade komplett Mischuka, ne? Oh, ich sollte vielleicht in der Mitte helfen. Ah, ich sollte vielleicht in der Mitte helfen. Ich krieg das ding hier nicht mal gehalten das kann ich euch jetzt schon sagen meine freundin der sonne jawohl gut die die hören auf die minions machen abkunde was machen die für ein damage willst du mich verarschen das ist doch hier alles gewickt ja kacke zwei tower verloren tue ich nicht so dolle echt jetzt vielleicht hat er wirklich raus egal ja 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 wie kann das eigentlich sein dass die alle vielleicht noch haben ist bei jedem flesch ab ist wie geht das jawohl sehr nice sehr gut gemacht jungs so und nicht anders ja Ich habe natürlich jetzt nichts gegen Brandyboy. Okay, jetzt sind wir am Arsch. Egal, wir haben den Drachen bekommen, ähm, ich wollte das Item weiterbauen. Warte mal, das ist empfohlene, ne, wenn nicht mal hier, hier, okay, so, ja, Höllmaske bringt mir nichts, weil, ähm, oder haben die das, hä, die Höllmaske ist ja jetzt auch anders. Ah, das ist cool, hä, Höllmaske ist ja mega cool geworden für mich. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, krass, okay, natürlich, dann baue ich natürlich Höllmaske, das ist ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh, Dings hätte weiterkämpfen müssen, schade. Die haben so einen Tower-Vorteil, das ist der Hammer jetzt gerade. Die zertrümmern uns ja alles. Wer ist das hier? Hä, ist er schon die ganze Zeit aufge? Ne, gut. Wollte ich gerade sagen, aber wann, der, hä, lol, ist mir gar nicht aufgefallen, hat mir das letzte Mal mitgefightet? Das ist mal ohne Spaß. Auch schon ein bisschen länger her, ne? Ey, vorher habe ich echt schon lange nicht mal mitfalten sollen, ne? Weißt du, sowas mag ich halt, so, da hast du schon kaum Gold. Der Tag ist gekommen. Und wenn die dann dann wirklich die Hosen ausziehen, das macht echt Spaß. Eigentlich sollten wir mal alle zusammen feiern. Äh, feiern, vor allem, fighten. Nicht feiern. Also, feiern können wir nach einem Fight, wenn wir den Fight, ähm, ne? Ja, mit Amumu, es wird, ähm, sehr lustig, kann ich jetzt schon sagen, ne? Egofresh ist der Einzige, der mit der Wayne zusammen Amumu gut Damage machen kann. Die kriegen auch immer die Krabbe hier, ne? So nervig. Na, kommen die vorbei, oder nicht? Okay. Wäre lustig geworden, aber leider nicht. So, ich sollte mal langsam auch mein Support-Item ausbauen, ne? Problem ist bei uns gerade wirklich, wir haben schon die gesamte Mitte verloren, ne? Ach, Top-Lin haben wir auch komplett verloren schon. Vor allem, da ist der Einzige Tower noch unterwegs. Ach, ich hab das Gefühl, man macht Auto, man macht irgendwie mehr Damage jetzt an, an den Towern. Kann das sein, oder kommt mir das nur so vor? Das ist einfach viel flüssiger das Spiel geworden ist. Ja, Amumu halt, ne? Der ist der größte Counter gegen uns alle. Amumu ist komplett unser gesamter Counter, das ist so nervig. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Achso, ja, Quest. Alles gut. Äh, Höllenmaske bauen wir jetzt weiter aus. Äh, das finde ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist cool. Zuerst war es ja so, wenn jemand in der Nähe ist, der, ähm, AP-Damage macht, äh, das ist ganz cool, äh, dass er 15% mehr Schaden macht, wenn du mit der Höllenmaske in der Nähe bist. War ja auch nicht schlecht. Brennt jetzt gar nicht so schlimm, also komm. Gibt's Schlimmere. Ach, sieht doch schon gerade wieder schon wieder so lalala aus, ne? So lala. Lalala. Es ist aber gerade das größte Problem bei uns ist jetzt eher, ähm, Amumu. Ja, natürlich, falls ohne Amumu easy peasy machen, das ist ja kein Problem. Wenn der mal nicht da ist. Ja, warum habe ich mich damit eingestellt? Das ist halt, wenn es so einfach gesagt ist, die Carys hier raus zu picken, wenn Amumu immer... Ja, komm, kill doch, Amumu! Weil Damage ist da. Aber wenn wir den gerade scheiße, aber wenn wir gerade scheiße spielen, aber Damage ist da. Der hätte so easy jetzt, ähm... Ist das, ist doch immer noch, dass die... Ja, komm, eigentlich könntest du es doch fighten, oder? Ja, gut, jetzt nicht mehr. Aber das ist doch immer noch, dass, ähm, die W jetzt unendlich ist, oder? Was, die B? Das war doch, glaub ich, die B, ne? Ich hab's wieder vergessen. Aua. Ähm. Okay, das Hammer. Ich dachte, das muss man jetzt irgendwie zusätzlich nochmal, jetzt nochmal extra kaufen. Aber nee, gut, das Hammer. Das Problem ist, unser Eco-Fresher. Ist grad noch nicht so ganz auf der Höhe. Und den brauchen wir, wir brauchen sein AP-Damage. Ach, das ist halt doof. Die Feigen halt da hinten, das bringt uns halt nix. Das Problem ist, die haben jetzt Free Dings, ne? Free Baron. Mal gucken, ob sie das ausnutzen werden. Nein, das bin ich aufgegeben. Für was wartet das jetzt noch eigentlich? Der Letzte, der kann die Stimme, ist ja eh nicht mehr entscheidend. Mach die Kacke weg! Haben die grad wirklich Dings gemacht? Haben die grad jetzt B? Ja, die haben Bärbeln gemacht. Okay. Hey, was macht denn die Wayne? Warum? 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 Och Mann. Ach, das ist doch wieder scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum ist die Wayne ganz vorne, Alter? Oh Mann. Warum ist die denn vor unseren Tanks? Oh, stimmt das... Nee, können die nicht beenden. Ach, warum ist die Wayne vor unseren Tanks, Alter? Oh, Mutti. Sieht doch schon wieder total scheiße aus. Das ist aber immer so, ne? Wenn ich jetzt... Ach, jede Woche immer zocken. Das bringt halt nichts bei League of Legends. Ich merke das schon. Was ist... Wayne, verpiss dich doch! Mann! 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 Oh! Meine Herren! Gut gemacht! Boys and Girls! Hat sich hier was verändert? Oder halte ich das? Ah, okay, das halte ich auch. Gut. Immerhin. Immerhin. Das... Das ist mir noch geblieben. Sehr geil. Wenn wir gut fighten und wenn die Wayne vor den ganzen Tanks steht, ist das easy piece zu feiten da kann man wirklich was machen das problem ist uns fehlt halt ecco fresh gerade noch 28 der muss ein bisschen mehr ins game zurückkommt oder erst mal das heißt ein bisschen mehr der muss ins game zurückkommen er war ja nie da bei dem wir brauchen sein ap der mich im promo unbedingt das hat jetzt alles ohne ulti gemacht was gut wenn wir die jetzt einzeln catchen geht doch zurück ist er anstatt er einfach vor mich läuft besser anstatt der kackklappen einfach vor mich läuft was macht was macht der was macht ecco fresh hat kein hp mehr und läuft anstatt ich vor ihn laufen kann so anstatt ich einfach vorhin laufen kann wie läuft er vor mir weg weißt du dass der alles abbekommt die ganze ulti das war nicht so schlau aber er die brent und macht auge jetzt schon wir können verfolgt ab weil wir damit die disparage der gläsen ab ab okay damit also ich habe schon damit gerechnet dass sie ein bisschen aber macht auch hat sie so aber macht finde ich jetzt beide scheiße ich will eigentlich was gegen point nur als gegen point kaufen tank sind jetzt hier auch die items dabei oder ich komme hier einfach nicht rüstung gibt das immer noch dann war uns okay naturgewalt das ist doch von tft oder dass man in mehr rein stellen kann nevomox bringt mir jetzt auch nicht für irgendwas gegen legendär episch spielbeginn ja dann holen wir das amulett ein aber dann soll man dann einfach das amulett wiederholen ja ne weißt du wie heftig die höllenmaske ist wenn am um jetzt noch zusätzlich bei uns wäre das item kann ich mir wirklich in so einem ganz großen tc team kann ich mir das item sehr gut vorstellen das ist schon ziemlich asozial ja die werden dings holen haben wir haben wir den baron ne ne ach scheiße ich dachte wir kriegen baron ne egal 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 nur zwei die den baron haben wäre natürlich geil wenn es schafft er nicht mehr oder was ok obwohl steinpanzer natürlich auch nicht schlecht wäre fähigkeiten tempo heißt es jetzt echt kann man das nicht weiter abklingt zeit nennen also denke ich mal wird der abklingt zeit sein meine herren spiel ich stelle das spiel wirklich bald auf englisch auf oder auf englisch wo anstrengendes spiel muss ich ja sagen das gute ist es ist halt noch nichts verloren problem ist wenn die jetzt in antrag immer und wir haben zwei tragen bekommen also kacke waren wir nicht die haben wir ganz am anfang bekommen und danach nie wieder man merkte von den items haben sie wieder ein bisschen mehr auf dings aufgebaut wieder ein bisschen mehr auf support was ich an sich gar nicht so schlecht finde der dürfte mich eigentlich nicht aufgedeckt haben hey was macht ein echo crash kunde alles klar rein hier ja die können beenden ach komm das ist doch echo feld hätte kurz warten müssen zwei sekunden ja die können die können beenden zwei sekunden und da brauchen wir nie aufgeben die können die beenden einfach jetzt ja das war doof der hätte dass der hätte den feit nie anfangen dürfen ja war scheiße der letzte entgegen war ein bisschen doof wir hätten uns einfach ein bisschen zurückfallen lassen sollen und ich oder urgott hätte entgegen sollen das war ein bisschen sinnvoller gewesen vor allem weil die auch berwin hatten ja wieder verloren ich hoffe es hat uns schon ein bisschen spaß gemacht wir sind definitiv da die wakten in der nächsten aufnahmen bis dann haut rein und tschüss